so hallo bevor wir weitermachen eine information in nicht eigener sache aber eher fremder sache dennoch etwas was ich sehr schön finde ich schaue ja den youtuber hübi bzw hübi lp und der hat jetzt angekündigt ein mario maker 2 projekt zu starten was er so ähnlich machen wird wie das juliens blockbattle also mit natürlich nicht mit web das heißt es wird so eine art turnier anscheinend werden wo dann verschiedene level bauer aufgaben bekommen und so weiter und so fort das heißt ihr als level bauer und das sind ja ist ja ein teil der zuschauer hier als level bauer seid da gefragt da gerne mitzumachen der wird in den nächsten tagen wahrscheinlich mehr informationen dazu rausgeben bisher ist da noch nicht allzu viel bekannt aber das ist so das wichtigste was ich gleich mal vorneweg sagen wollte denn ich denke das wird eine ziemlich coole sache was er davor hat und die dinge die er bisher angepackt hat sind alle ziemlich genial geworden kann man nicht anders sagen deswegen ja ich verlinke euch einfach mal in der beschreibung das bisherige video dazu das ist ungefähr am ende von dem video spricht er das dann an der macht immer so channel news jede woche und erzählt dann da so ein bisschen zeug und in diesem neuesten channel news video redet er eben auch drüber was er da vor hat und wie das ganze grob ablaufen soll genaueres ist noch nicht bekannt aber nur dass ihr das schon mal wisst da wird es was geben wenn ihr also euch als levelerbauer bei einem mario maker 2 turnier wenn ihr teilnehmen wollt wenn euch das interessiert dann wäre das jetzt eine gute möglichkeit da entsprechend sich zu beteiligen so dann hat mir der liebe aggressor geschrieben er hat irgendwas retweetet gibt es größte wieder los und zwar dieses hier l y q l y q so b x y 1 f und schreibt dazu hast du wohl auch übersehen ist ein tolles level garantiert ich bin gespannt so die clearweight ich okay ich glaube ich habe so eine vermutung dass wir das nicht spielen werden mal gucken weil ich muss ganz kurz das ob es offen ist machen so jetzt habe ich gerade den dings abgeschrieben ok ich verstehe ich laufe zwischen den goombas oh my gosh oh my gosh und das macht mir 22 sekunden lang oh gott also ich muss sofort loslaufen aber ich muss immer wieder stoppt oh gott nein oh himmel hilf oh 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 No way Alles klar Dann spielen wir lieber System of a Dawn Job Zui Ich bin sehr gespannt, wie er das umgesetzt hat Devorri macht ja großartige Musiklevel So Ich bin sehr gespannt, wie er das umgesetzt hat Ah, wenn ich zu sehr im Flow bin Was mache ich denn falsch? Mist Ich bin sehr gespannt, wie er das ummorgen ist Ich bin sehr gespannt, wie ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein sehr böses Ende, Debori. So. Das war gar nicht mal so schlimm. Und jetzt einfach warten, bis er weg ist. Oh, yes. Huh. 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 Okay, ein Markt war das hier. Gut. Also, hier ist aktuell nichts Neues. So was von euch kommt oder so was. Dann werden wir im nächsten Part einfach mal wieder eine Runde hier machen. Ne? Da. Und gucken mal, ob wir endlich diese verdammte 3 gebrochen bekommen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.